Ein Organspendeausweis kann Leben retten. Ich selbst habe mich auch vor längerer Zeit schon entschlossen, einen Organspendeausweis auszufüllen. Heute ist der Tag der Organspende. Ich bin der Auffassung, dass eine solche Organspende freiwillig erfolgen muss und deshalb finde ich den Beschluss des Bundestages auch richtig. Aber wir brauchen viel mehr Aufklärung, weil ehrlicherweise denkt niemand an den Tod, niemand an die Situation, wie es jemandem geht, der ein Organ braucht. Und von daher möchte ich Sie bitten, gehen Sie auf die Homepage für die Organspende, unterschreiben Sie den Organspendeausweis, auch wenn Sie der gleichen Auffassung sind wie ich. Wir sollten denen, die eine längere Lebenschance mit Organen haben, die wir selbst nicht mehr benötigen, auch geben.